Ich finde heraus, wo diese Schattenwesen sich verstecken und töte sie alle. Es kann nicht so schwer sein, sie zu finden. Ach, die sind ja sogar auf der Karte markiert. So, ihr hier. Und da unten. Alles klar. Finden wir. Ach, die leuchten ja sogar. Schattenwesen, die leuchten. Da hat aber jemand mitgedacht. Aktion. Oha. Oha. Die stehen doch alle auf. Verarsch mich nicht. Die stehen doch auf. Hier haben wir aber hübsche Augen. Das Auge sieht euch. Tempoprügelei. Besiegen sie 40 Feinde innerhalb der vorgegebenen Zeit. Für die verbleibende Zeit auf der Uhr werden Seelen als Belohnung ausgegeben. Sehr schön. Okay, 40 Feinde sind ein Haufen. Pack mal. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Für Leute wie dich ist dies sicherlich keine Herausforderung, oder? Ich hab doch meinen Special Move. Zack. Und die auch nochmal. Zack. Das macht uns das Leben leichter, der Ding. Bei wie viel bin ich? 22? Ui. Ich freue mich noch ein paar. Boah, zerschlägt. So. Machen wir erstmal die kleinen weg. Die sind einfach hier quasi geschenkt. Komm her. Der nicht weg. Oh, die kann ich finishen? Gut. Oh, und ich sende es die Zombies außenrum gleich noch mit weg. Sehr schön. So. Okay. Ich hätte mir vielleicht doch meine Klingen sparen sollen. 32. Wie viel da? Okay. Fast zwei Minuten schaffe ich. Erstmal der fettete. Ah. Bin ich aufgefasst. Du lachst. Kriegst du gleich ein paar Ruhehilfe. Explodiert. Finish. Und weg. Okay. Bisher läuft es. Bisher läuft es. Puh. In der Luft zu erhexeln. Kreishegel. Nein. Da kommt wieder der Fettsack. So. Verpiss dich. Erstmal den Kleinen. Ne. Ich denke, den Kleinen mache ich nebenbei mit. Es fehlt nur noch einer. Habe ich auf jeden Fall einen Kleinen zuerst. Bingo. Oh, das war ein ordentlich Sinn. Oh, heftig. Heftig. So. Ich wusste schon immer, dass es in dir steckt. Ja, ja, ja. So. Schau mir in die Augen, Kleines. Boah. Ja, Mann. So. Feierabend. Schluss mit lustig. Was gibt es hier drin? Zorn. Ich brauche ein. Lebenspunkte drauf. Genau so. Sehr schön. Und das hier? Ach, ein Teleporter. Natürlich. Okay, das wäre das erste Schattenwesen gewesen. Schattenwesen gewesen. Haha, Wortspiel. Ach komm. Jetzt gleich kommen noch die ganzen Orks und Natskul um die Ecke, oder? Bisschen auffällig abgekupfert. Pitsch, platsch, 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 platsch. Da sind wir doch. An der richtigen Adresse. Aktion. Okay, das ist jetzt wieder irgendwas anderes. Hallo, Lady. Die kenne ich doch schon. Von früher. Lach nicht so blöd. Boah, Luftprügelei. Halten Sie linke Umschalttaste gedrückt, um dich auf den Gegner zu konzentrieren. Halten Sie gedrückt, damit Krieg seine Feinde in die Luft befördert. Kennen wir schon. Drücken Sie wiederholt linke Maustaste, um Feinde in die Luft mit Kombination anzugreifen. Ja, das kennen wir. Besiegen Sie fünf Feinde innerhalb der vorgegebenen Zeit mit Luftangriffskombinationen. Für die verbleibende Zeit wird Belohnung gegeben. Ja, das ist kein Problem. Damit kennen wir uns doch schon aus. Das ist noch nichts Neues für uns. Komm her, Junge. Ach, shit. Hoch und... Ach, das zählte schon als Luftkombo. Gut. Eins, zwei, drei, um. So, noch mal drei. Leute, ihr wisst wohl nicht, dass ich hier mit einem Profi zu tun habe. Oha. Vier. So. Eins, zwei, drei. Huch. Ich will auch mit hoch. So. Können Sie mich bitte mitnehmen. Danke. Oha. Das dürfte einen Haufen Seelen geben, so schnell wie das ging. Oha, 400. Da fand ich die Aufgabe eben schwieriger mit dem Haufen Zombies, ne? So. Ausgezeichnet. Na, freilich. So. Lass mal ein bisschen die Augen schminken. Zorn. Haben wir das mal gar nicht gebraucht. Lebenspunkte nehmen wir da auch ziemlich immer mit. Gut. Auf zum nächsten. Der war einfach. So. Zwischendurch abspeichern. Schadet nicht. Weiter geht's. Gehen wir zu dem Links. Der ist näher dran. Wo geht's da runter? In die Hölle. Also gehen wir da nicht hin. Das ist bestimmt warm. Aber auch recht ungemütlich, hab ich gehört. Wollen wir versuchen, da drüber zu springen? Ich probier's. Wir haben doch Flügel. Die hab ich schon fast vergessen. Aktion. Wups. Oh, ich bin gespannt, was uns jetzt erwartet. Da ist natürlich unsere Herzensdame wieder vor Ort. Die Hübsche. Raucherin, eindeutig. Bei der Stimme. Das blutige Ende. Kleine und schwache Feinde können jederzeit sofort getötet werden. Kennen wir. Größere Gegner müssen erst gelähmt werden, bevor sie erschlagen werden können. Okay. Töten Sie einen kleinen oder gelähmten Gegner mit E. Ach, dies sind die Finish Moves. Töten Sie 30 Feinde. Wobei sie nur Kriegs-Sofort-Tötungsangriffe nutzen. Kein Problem. Machen wir. Werden wir quasi ein bisschen auf die Probe gestellt? Ob wir das alles schon drauf haben? Was wir drauf haben. Komm her, Junge. Hoppa. Machen wir gleich weiter. Jawohl. So, dynamisch mobil. Ja, kommst du her? Von einem zum anderen. Ich kann wirklich von einem zum nächsten hangeln direkt. Komm her. So. Und rüber. Huch. So. Die sind sympathisch, die da meiste. Und direkt zum nächsten. So, wie an der Sprossenwand. Wäre auch zu einfach gewesen, wenn es so weitergeht. So. Dann kommt ein bisschen Boot. Blüfe. Und zerbersten. Da ist noch einer. Und. Zerbersten. Und ich auch, Junge. Und. Auf die Gorsche. Wo sind wir? Elf. Ah, Fledermaus. Geschenken Kills nehmen wir doch direkt mit. Und ich auch. Komm her. Wie du blockst mich. Fahre ich halt aus. So. Junge. Ah, ich hab doch Zorn. Zwei. Ah, darf ich nicht machen. Darf ich nicht. Zählt nicht als Kill. Aber die Fledermäuse. Aber die Fledermäuse. Oh. Zerbersten. Klack. Oh, die blauen Küche. Die sind eklig. Bleib drauf. Und. Bein am Putter zu. Jawohl. Parkstückt. Ich auch. Parkstückt. Fledermaus. Tut mir schon ein bisschen leid. Fliegen da oben. Denk. Oh nein. Netze. So, gleich in der. Finish. So. Wie viel hab ich? 19. Das Klett. Oh. Komm. Halt's Maul. Was will denn der dicke Da? Ihr lasst mich halt in. Oh. Fledermaus. Oh, und ich nehm ich auch. Finish Move. So. Der ist auf. Ich hab in der Zeit kann ich auch nicht. nicht angegriffen werden, während ich diesen Move mach. Federmaus. Komm her. Vielleicht zunächst. Geschenke Kills. Der Große braucht zu lang. Der ist uneffektiv, den zu machen. Ich muss aufpassen, dass der mich nicht genau wegklatscht. Während ich die anderen gemacht. So. Den kann ich finishen. Fehlen mir noch. 6. Okay, der weg. Oh nein, das ist ein großer. Ich glaube, die komm ich nicht herum. Muss ich noch. Da ist einer. Finish Move. Ja. 6. Fledermaus. Gönn ich mir. 3 noch. Da. Bitte. Wo ist er, wo ist er? Da. Schirr verloren. Die beiden noch. Scheiße. Ich glaube, ich muss die fetten Viecher direkt wegmachen. Scheiße. Okay, neuer Anlauf. Zwischendurch einen kleinen Kaffee gönnen. Okay, die dicken Viecher müssen weg. Das halte ich nicht durch bis zum Ende. Das war knapp, aber ich glaube, ich tue mir einfacher, wenn ich sie doch einfach wegmache. Puh. Aber das ist stressig. Ich habe gedacht, das wird easy die Aufgabe, aber die ist stressig. Also Lady. Gleich haben wir das Vergnügen. Ja, kennen wir. Ich habe ja vorhin gedacht, das geht die ganze Zeit so weiter mit den Fledermäusen. Aber das wäre ja zu einfach gewesen. Also, beginnen wir. So, erste. Hopp. Und nächste. Und nächste. Hopp. Hoppa. Ich könnte in den Zirkus gehen. Hopp. So. Kommst du schon da unten? Missgestalten. Hopp. 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 Geschenkte nehmen wir. Jetzt kommen die Härte. Hopp. 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 Ich muss versuchen jetzt schon am Anfang so wenig wie möglich zu kassieren, damit ich es später bei den Großen nicht so schwierig habe. So, zerlegen. Genau. So. Hier brauchen wir ein paar Schläge. Da habe ich schon aus dem Augenwinkel wieder einen Schlag gesehen. Hopp. Zerstören. Okay. Die Feindesgruppen möglichst klein halten. So, komm her. Schon wieder was gesehen? So. Da ist einer. Direkt reagiert. Sehr gut. Ich bin stolz auf mich. Ledermaus, nehmen wir mit. Geschenkt. So. Lass mich in Ruhe. Finish Move. Okay, gleich wieder weg. Und zum nächsten. Finish. So, ich darf keinen verschwenden. Irgendwelchen dummen Spielereien. Wieder Beine. Und wieder. So. Der auch finishen. Und der auch finishen. So. Geschenkt, den ich mal mit. Aber jetzt kommt der Große drauf. Den muss ich machen. So. Ausgebeten. Eins, zwei. Und aus. Eins, zwei. Und weg. Eins, zwei. Vier. Vier. Tröten. Eins, zwei. Drei. Vier. Aus. Töten. 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 Ja. Gott. Das war die richtige Entscheidung. Wie ist die anderen derweil noch zerlegt, während ich ihn zerlege. So. Und. Gott, bin ich unter Stress. Und. Nehme ihn, nehme ihn. Gott, ja. Und ihn auch. 23. Ihn. Glämmos. Puh. So. Direkt weiter. Eins, zwei. Finishing. Und ihn. Finishing. Und die anderen beiden auch. Ich nehme mich. Glämmos. Noch eine Flämmos. Einen noch. Einen noch. Es reicht ein kleiner. Es reicht ein kleiner. Nein. Es waren 30. Puh. Alter. Jetzt muss ich. Nur kurz was trinken. Also. Das war unterhaltsam. Können wir das noch einmal machen? Halt einfach die Fresse, ne? Mach deine Arbeit selber. So gute Frau. Schenken sie mir mal ihr Augenlicht. Mann, Stress. So früh am Morgen. Jungs, ihr schafft nicht. Jungs, ihr schafft nicht. Ah, speichern. Speichern. Ich werde jetzt sowas von speichern. Und wie ich hier auf die Speichertaste drücke. Spiel speichern. Ja. Ja. Bitte. Ich suche mich nicht nur noch ein zweites Mal an. Ach. Hier hat man es gerade gesehen. Der Balken von dem Schwert hier hat sich schon wieder etwas gefüllt. Also würde ich vorschlagen, dass wir uns die Sense noch sparen, bis wir das Schwert zumindest auf höchste Stufe hochgeprügelt haben. Weil das ist, glaube ich, nicht so klug, irgendwo auf der Mitte aufzuhören und dann so ein halbfertiges Halbstarkschwert zu haben. Quasi so ein jugendliches Schwert. Halbstark. Lieber das zu Ende ausbauen und dann auf die Senses mit... Ist das eine Truhe? Es ist eine Truhe, aber durchsichtig. Hm. Also, letztes Tor. Mal gucken, was das wird. Da ist die gute Dame wieder. Guten Tag. Und jetzt... Vergiftet. Halt die Fresse vergiftet. Töten Sie 50 Feinde bevor kriegsinfizierte Gesundheit aufge... Nein. Für die verbleibende Gesundheit werden Seelen als Belohnung ausge... Och. Ich hasse Ge... Aber... Wir haben noch Zorn. Und wir müssen die Gegner nicht finishen. Ich bin guter Dinge. Diese stinken. Vom Gestank werde ich jetzt getötet. So schaut's aus. Nimm sie dir halt. Was, was, was? Ach, die. Rüber. So. Zip. Och, natürlich waren sie nicht in Reichweite. Flatsch. 50? Wie? Aha. So. Und ich nehme euch auf, oder? Sind das Lebenspunkte? Ja. Ich brauche die. Ich brauche die. Ich brauche die sowas von. Ja, komm her. So. Die gönne ich mir auch, weil ich gesehen habe, da hinten war noch eine Zorrentruhe. Deswegen brauche ich mit Zorn gerade nicht so geizen. Ich drücke gerade wie ein Wilder einfach auf der Maus rum. Zorn. Ich brauche Zorn. Ich brauche Zorn. Ich brauche Zorn. Für die letzten paar. So, nehme ich. Eins, zwei, drei, sieben, fünf. Nein! Huch! So. Okay. Sieben Stücken. Das werden bestimmt... Natürlich werden es die fetten. Natürlich werden es die fetten. Euch nehme ich so. So. geschenkt ich nehme auch noch mit dem jetzt muss ich den fetten nehmen muss ich muss ich muss ich muss und ausreichen die fetten kriegen sonst werde ich meines lebens nicht mehr ich muss die lebenspunkte drohen die lebenspunkte drohen die lebenspunkte kommt ja so die gewährledigt wie viele brauche ich noch zwei einer zwei leute ihr macht mich so fertig block gegenangriff kriegsabwehrinstinkt ist erwacht dadurch kann er körperliche angriffe und schussangriffe abwehren drücken sie dazu kurz vor dem einschlag linke alttaste okay ausgezeichnet was soll mal jemand behaupten das kampfsystem wäre langweilig letzte schattenkreatur aufgetötet zorn nehmen wir mit lebenspunkt auf obwohl sie voll sind und jetzt macht auch das blocken sind wenn man den gegenangriff machen können ist das denke ich sinnvoll erstmal zu verwenden das muss der letzte von ihnen gewesen sein lass uns von ihr verschwinden das ist ein guter plan das ist wirklich ein guter plan aber vorher schauen wir hier noch bei meinem kumpel vorbei weil wir 2000 seelen haben da können wir uns garantiert was gönnen so Sensor haben wir schon gesagt sparen wir uns okay ich würde sagen wir nehmen jetzt hier noch die letzten beiden dass wir zumindest mal alle kombos haben ein gewirbelter aufschlitz angriff von hinten nehmen wir mal und eine wirbel kombination ein aufschlitz angriff mit mehreren treffern links klick pause links klick nehmt du verhandelst äußerst geschickt mein freund so haben wir zumindest schon mal alle hier zornkern Fluch generiert auf natürliche Weise mit der Zeit Zorn das ist geil vor allem für längere Kämpfe wenn es nicht wie jetzt eben diese Zorntruhen nebendran gibt das heißt mein Vorschlag mein Vorschlag wir sparen jetzt auf 5000 Punkte und kaufen uns dieses ihr seid auf dafür finde ich gut so erstmal speichern ist nie verkehrt alles klar ok ja auf Wiedersehen machs gut ist meine Karte da ist der Kompass ich dachte schon und da ist der Abgrund achja kommt mir ein bisschen öde vor hier ohne die ganzen Zombies so da ist das Tor und achja der ist jetzt frei weil wir die Dämonen die ihn gebunden haben zerlegt haben also Tröte würden meine Ahnung dich segnen